Bürger GmbH – qualitätsstarke Leistungen seit 2013. Geht es um individuelle Tiefbauprojekte, um Straßen- oder Landschaftsbau, dann ist die Bürger GmbH aus Neustadt-Wied ihr Partner. Mit einem breiten Leistungsspektrum werden sowohl Versorgungsunternehmen als auch Privat- und Gewerbekunden sowie die öffentliche Hand service-stark bedient. Exakte Ausführungen basieren auf umfassender Beratung und PC-gestützten 3D-Planungen, die insbesondere im kreativen Garten- und Landschaftsbau zufriedene Kunden begeistern. Mit einem modernen Fuhrpark innovativer Gerätetechnik sowie einem hochmotivierten Fachkräfteteam werden vielfältige Projekte gestemmt. Kunden bauen auf Erfahrung und Fachkompetenz. Von der Vermessung via GPS für die Ermittlung von Erdaushubmassen, der Erschließung von Bau- und Gewerbegebieten mit zum Beispiel Kanalsystemen, Hausanschlüssen, Versorgungsmedien und Straßenbau, bis hin zur professionellen Gestaltung von Außenanlagen, einschließlich Pflasterarbeiten. Unter der Leitung von Frank und Reinhard Börger bietet das renommierte Familienunternehmen außergewöhnliche Lösungen und perfekte Ausführungen. Börger GmbH – innovativ, vielseitig, flexibel und kundennah.